Besonders gut gefällt mir eigentlich dieses umfangreiche Programm, wo man auch selber mal wieder zum Sport kommt, auch diese Vorsorgeuntersuchungen. Es macht einfach Spaß, auch die Kollegen privat zu treffen. Also ich finde das immer extrem schön, dass man einfach mal die Gelegenheit hat, Kollegen auf einer ganz anderen Ebene kennenzulernen, dass man hier die Chance hat, in Sportarten mal reinzuschnuppern, wo man vielleicht so für sich privat gar nicht unbedingt den Zugang zu hätte und einfach dieses Gesamtpaket Kollegen, angenehme Atmosphäre, viel Auswahl und das hat eigentlich so in Summe gut gefallen. Man merkt, dass es hier wichtig ist, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen, dass sie gerne zur Arbeit gehen und da bin ich ja sehr dankbar für. Und ich glaube gerade als junger Mensch, wenn man Verantwortung übernehmen will, eine lange Perspektive auch haben und da kann man hier einfach viele, viele Verbindungen schaffen, Verbindungen finden und auch mit einem guten Gefühl immer wieder in die Arbeit kommen.